United-Star flirtet mit PSG. Alexis Sanchez will die Engländer offenbar schnellstmöglich verlassen. Wie der Mirror berichtet, soll vor allem Frankreichs Erstliges Paris Saint-Germain um Trainer Thomas Tuchel ein Auge auf Sanchez geworfen haben. Ein anderer Offensivstar von Manchester will nach vermehrten Wechselgerüchten im Sommer offenbar doch bleiben. Anthony Martial steht laut Medienberichten vor einer Verlängerung seines 2019 auslaufenden Vertrags. United bietet dem Franzosen angeblich ein Wochengehalt von rund 180.000 Euro. BVB bei Hakimi nicht chancenlos. Der Außenverteidiger ist offiziell nur bis 2020 von Real Madrid ausgeliehen, ohne Kaufoption. Nach Informationen des Kicker können sich die Dortmund-Bosse jedoch Hoffnungen machen, dass Hakimi doch länger bleibt. Die Schwarz-Gelben haben nämlich ein sogenanntes Matching-Ride, bei dem der BVB informiert werden muss, wenn 2020 ein anderer Verein Hakimi kaufen will. Somit können Kehl und Co. rechtzeitig einschreiten und den anderen Verein überbieten.